Was? Schluck auf. Royal Funk weiß Bescheid. Ich weiß gar nicht, worum es geht gerade. Was? Ja, jetzt dürft ihr... Oh, 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 hier wird geradet. Was? Ist das ein Raid? Ist das ein Raid? Fruchtzwergin? Kriege ich hier gerade ein Raid ab? Nicht erschrecken, liebe Raider. Das ist ganz... Das ist jetzt... Ich habe eine Minute gegeben, dass sie alle mal alles rauslassen können, was sie wollen. Ihr dürft auch gerne mal, hier, Fickenwurzel, Arschloch, irgendwas sagen. Das muss auch zwischendurch mal raus, diese ganze Energie. Die Minute ist um, ne, Sportsfreund? Sehr, sehr nice. Schluck auf. Was habe ich denn... Was ist denn jetzt mit Schluck auf? Könnt ihr das Hashtaggen lassen? Ich hasse Hashtags. Ähm, aber was ist Schluck auf? Was meint ihr damit? Es hat recht harte Zeiten gehabt, gesundheitlich. Freundin Beck und Job ist weg. Psychomania, das wusste ich nicht. Ich... Erstmal... Hört mit... Was ist so ein geiler Schluck auf? Ich... Nein, ich mag Mett. Ich mag Mettbrötchen. Was ist Schluck auf? Ich raste hier aus. Ihr seid irgendwo auf dem TS. Ich sehe das. Ihr so... Kichergrins. Schreibt schon mal alle Schluck auf rein. Aber drückt noch nicht Enter, sondern erst wenn wir im TS gleichzeitig sagen, jetzt. Habe ich recht? Genau das seid ihr. Denn ich erkenne einige wieder, die schon öfter hier waren. Die Ina Frieda zum Beispiel. Frau Rammel war auch dabei. Die alten Bekannten, die Ganoven, die Alunken. Oh mein Gott. Schluck auf, Team Schluck auf. Gronk Pandoria. D-Tree. Was ist das mit dem Schluck auf? Kommt von D-Tree. Du Hund, du Hundiger. Jetzt weiß ich, was das ist. D-Tree, mein Schöner. Hi. Na? Funk, die Idee ist vom Team Schluck auf, nicht von D-Tree. Ja, aber woher kommt Team Schluck auf? Das muss doch der D-Tree gegründet haben. Der olle Sack. Der ist nicht ein oller Sack. Ein toller Typ. Bild suchen. Schluck auf. Royal, Funk, Pandora, Gronk. Leute, die wissen Bescheid. Okay. Admiral. Okay, Kimi. Okay, Frieda. Okay, ist das in Ordnung? Okay. Ist das in Ordnung? Keine Ahnung, was ihr damit meint, aber... Ich sage einfach mal, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Kimi. Admiral von Panemann. Ina, Frieda. Demon Cookie. Du alte Wurst. Schön, dass ihr da seid. Einguckst. Moment mal. Wurde ich jetzt zweimal gerated? Oh Gott. Too much rate for me. Also, äh, einmal Spy, Dankeschön Und, äh, wer Habt mich jetzt noch, wer ist Team Schluck Wer ist Team Schluck auf Also Mag mir einer auf die Sprünge helfen, also Wirklich Admiral von Pondemon Lennox2510 Nelly193 Demon Cookie, mein lieber Demon Cookie Die Kimi Uh, uh, Mezzo ist da Mezzo Mix Bottle Spy selber Und, wer noch? Devin, ne, Devin Nekopol Grüßt euch Dankeschön für eurem Du, Raid Der eine Raid ist von Spy Wem gehört der andere Raid? Ich, äh, krieg keine Antworten, ich hab keine Ahnung Kann mir keiner helfen, bitte Bitte, Dankeschön Vielen herzlichen Dank für eure Raids Dankeschön und willkommen Grüßt euch Also, warte mir keiner erklären, was, äh, Team Schluck auf Oder wer Team Schluck auf ist Außer mein Schluck auf vielleicht Idris, der andere Raid kommt vom Team Schluck auf Hm, Hashtag Team Schluck auf Wo, wo, gen, äh, okay Alle Okay Okay Okay, stalken wir mal kurz Vielleicht hilft das weiter Verdammt, hilf mir nicht weiter Schade, ich dachte ich würde mehr Funk Royale weiß Bescheid Irgendwie schreiben alle gerade Schluck auf da drin Vielleicht ist das die Krankheit von Funk Funk ist krank Wisst ihr ja Genau wie TeeTree TeeTree Oh man Funk Royale, Gronk TeeTree Moment Wissen Bescheid Schluck auf Schluck auf Moment, wissen Bescheid Hammer Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Schuck auf Sie ist nicht verschwunden War immer hier Für uns andere da draußen ist sie verschwunden Da draußen? Naja, in der Schule Schule? Hast du davon schon mal gehört? Ich ähm Man trägt sie an den Füßen Ich verstehe es auch nicht Ich danke euch auf jeden Fall für den Text Ich verstehe ihn nicht, aber Ich dachte es wäre Weil ich habe nur Ich habe TeeTree gelesen Und ich habe gedacht Der Rest Hä? Ähm Und ich habe gedacht Das wäre jetzt ein TeeTree Raid Dämon Cookie Herzlich Willkommen Und vielen lieben Dank für dein Follow Und dir ein herzliches Willkommen In unserem Enten Naturschutzgebiet Schön, dass du dabei bist Dämon Ich sage einfach Dämon You have a new message Okay Lennox 2510 Vielen lieben Dank für dein Follow Und dir auch ein herzliches Willkommen In unserem Enten Naturschutzgebiet Schön, dass du dabei bist Wollen wir doch mal schauen Was wir denn da für eine PN erhalten haben Wahrscheinlich das Rätselslösung Bruchzwergin Vielen, vielen, vielen lieben Dank Für dein Follow Und dir ein herzliches Willkommen In unserem Enten Naturschutzgebiet Schön, dass du dabei bist So, dann wollen wir mal schauen Ich lese das jetzt nicht laut vor Wahrscheinlich Soll das nicht laut vorgelesen werden Irgendwann später Schön Auf jeden Fall Ist eine schöne Idee Und ziemlich cool Es ist Hammer Es ist toll Es ist wundertoll Wundertoll Wente Wundertoll Das ist eine schöne Aktion Und das Dass das jetzt schon Solche Formen angenommen hat Hammer Hammer Richtig cool Richtig, richtig cool Aber meine Ziele sind schon geputzt Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da mit Funky Was weiß der der Funky Bescheid Wegen gestern Oder worum geht es? Was ist denn da mit Funky? Ja, da habe ich den Demand Cookie Moins, Befreundsen Vielen Dank für dein Funky Ja, wir haben gestern den Funky Wir wollten ihn in ein kleines Lächeln zaubern Aber ihr wart ja alle da Also wozu erzähle ich es Alle die jetzt da sind Waren ja da Wir waren ja dabei Gellini Ist die Gellini eigentlich noch da? Ich glaube Gellini ist so halbwegs schon Vom Stuhl gefallen Oder aus dem Bett Team, schluck auf! Dankeschön ihr Lieben Dankeschön Danke, danke, danke Danke an das Team An das komplette Team Schluck auf! Ich bin der Anke mich Im Namen Von mir selbst Weil sonst kann keiner bedanken Dankeschön Ich bin der Anke mich 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 Untertitelung. BR 2018